Also ich habe angefangen damit, als Influencerin zu arbeiten, habe aber dann nebenbei eine Agentur angefangen. Es war ein Startup hier in Wien, die hier heißen WeCreate und dort dann angefangen, Influencer auch zu managen. Das fand ich mega spannend, weil das war gerade zu dem Zeitpunkt, als auch Corona kam und TikTok so einen Boom hatte. Also das ging raketenartig nach oben, dieses Startup. Und das habe ich zwei Jahre lang mitgemacht oder ich glaube zweieinhalb, dann aber für mich wieder entschieden, okay, es ist ganz cool, aber mich reizt doch diese Selbstständigkeit. Und jetzt bin ich seit einem Monat eigentlich erst offiziell selbstständig mit meinem Female Business Club Leaders in Heels. Und das ist gerade so mein Main Fokus. Wie kommst du ursprünglich aus der Kreativbranche? Naja, ich habe Publizistik studiert, Journalismus. Ich glaube, das kann man schon in der Kreativbranche ansiedeln. Und ja, ich habe mich schon immer mit Social Media einfach auseinandergesetzt. Mich immer so interessiert, wie schaffen es manche Leute da, Follower aufzubauen? Wieso schaffen es manche nicht? Was gibt es da für Tricks? Und genau, deswegen bin ich da ziemlich leicht reingerutscht auch. In welchem Jahr war das, wo du begonnen hast? Ich selber habe, ich glaube 2018 mit Instagram begonnen. Eigentlich auch schon zu spät. Instagram geht es gleich seit 2012. Und dann eben 2020 wirklich mit Influencer-Management, Influencer-Kampagnen damit losgestartet. Voll, ich war zu der Zeit gerade in Berlin und Instagram war ja, ich fand es so witzig, ein Freund von mir, der auch in der Social Media Welt arbeitet und alles und damit ziehe ich ihn immer noch auf. Dass er damals gesagt hat, ich habe damals gesagt, weil ich halt fotografiere und ich gesagt habe, Instagram, das wird der neue Shit. Und er so, na, das ist ein Blödsinn, das wird wieder weggehen, das Facebook ist der Shit. Und Instagram wird wieder weggehen und heute. Ja, ich muss gestehen, ich war auch am Anfang eher skeptisch, weil ich Open MMX und was es da alles damals noch gab. Aber lustigerweise, zu dem Zeitpunkt habe ich gerade in Kanada gelebt, ein Jahr. Und ich wollte mich im Modeln probieren und ich hatte damals einen Manager und der hat mir geraten, Vader, du musst mit Instagram starten. Ich so, okay, von mir aus, bitte mach das für mich. Und er hat auch meine allerersten Posts dann veröffentlicht und dann irgendwann, das war 2014, und dann ja, vier Jahre hat es gebraucht, bis ich dann endlich für mich auch verstanden habe, hey, ich sollte Instagram mehr machen. Aber ich habe gerade den Unterschied gesehen zwischen Berlin und Wien, wie die Leute erstens mal wachsen, also in Berlin wesentlich größer oder in Deutschland grundsätzlich als in Österreich. Und wie die das auch verwenden, unterschiedlich, fand ich ganz interesting. Und auch später, ich meine, klar, du hast in Berlin ein bisschen mehr Möglichkeiten, um zu wachsen, allein was Aufträge oder sonst was angeht. Aber ich glaube, lass mich kurz rechnen, was haben wir heute, 2023, ich glaube, so 2016 herum, da haben so Blogger, damals waren es noch Blogger und noch nicht Influencer und noch nicht Instagram oder sonst was, sondern Blogger begonnen. Und ich habe da mit einem Freund, da hatte er 5000 Fans und war da schon irgendwie groß, ja. Ich dachte so, crazy, 5000 Follower, das ist insane. Ja, das ist eine große Zahl eigentlich, ja. Oh ja, ich glaube, der ist heute irgendwo bei 200K oder sowas, ja. Aber es war richtig interessant zu sehen, wie sich halt diese Branche entwickelt und wir noch begonnen haben mit, keiner wusste, wie man sowas bezahlt, kein Kunde wusste, was das ist, aber jeder wusste, man braucht es, ja. Man braucht Blogger und Influencer. Und keiner hatte noch Budget für einen extra Fotografen, so war richtig interessant zu sehen, wie sich die Branche entwickelt. Denkst du, gibt es immer noch Entwicklungspotenzial? Auf alle Fälle. Also ich finde, man sieht sehr gut die Generation von am Anfang Instagram, die halt damals Gas gegeben haben und jetzt, ja, vielleicht sogar eine Million Follower geschafft haben. Und jetzt ist so der nächste Wusch gekommen, ja, mit TikTok, Instagram hat Reels übernommen und da ist ein ganz neuer Creator, die auf einmal Millionen von Follower haben. Und mir fällt schon auf, so da gibt es eben aber auch noch die anderen, die jetzt da so stehen bleiben. Vielleicht haben die 100K, vielleicht haben die aber auch nur 20K. Aber man sieht, da ist nicht mehr Traffic, da ist kein Engagement von der Community mehr da. Und die haben halt den Zug dann leider verpasst, ja, da aufzuspringen, geilen Reels-Content zu drehen. Reels ist aktuell einfach das Format, was gepusht wird, obwohl ich da auch schon wieder gehört habe, okay, Instagram will wieder zurück zu seinen Wurzeln, ja, wieder mehr Fotos pushen. Aber davon merke ich jetzt persönlich noch nichts. Und deswegen würde ich immer noch sagen, haut es Reels raus oder eben auf Fotos als Reels mit Musik. Genau, das habe ich auch gehört, dass der Algorithmus jetzt wieder ein bisschen umgeschrieben wurde. Also mal sehen, weil super viele Fotografen vor allem haben sich halt aufgeregt, dass ihr Content nicht mehr gepusht wird. Macht das Sinn eigentlich? Eh? Also, dass man sich aufregt darüber. Richtig. Ja und nein, weil am Ende des Tages denken wir so, I don't care. Also für mich ist halt klar… Du machst aber auch Videos, oder? Ich mache Fotos und Videos. Ja, genau. Ich mache Fotografie und Videografie. Deswegen, aber wie gesagt, ich finde es relativ leicht auch Reels zu machen, unter Anführungszeichen, was ein normaler Fotograf eher Probleme hat, weil er halt nicht videoaffin ist, sondern fotografieaffin. Ja. Das zeigt halt auch einfach, dass man sich breit aufstellen muss. Ich tue auch meinen Influencern oder auch Brands immer raten, fokussiere dich nicht auf eine Plattform. Mach nicht nur Instagram, sondern sei Instagram, TikTok, YouTube, YouTube Shorts. YouTube Shorts geht richtig ab. Genau, das wird wahnsinnig gepusht. Damit kannst du eigentlich auch das meiste Geld aktuell verdienen. Einfach durch YouTube auch. Und YouTube generell, wenn eine Brand dich dort bezahlt, also der tausender Kontaktpreis ist so viel höher als irgendwo anders. Deswegen, wenn man Fokus legen sollte, YouTube Shorts, aber trotzdem einfach alle Plattformen mitnehmen, weil das ist ja einfach. Du hast ja schon ein Video. Du hast das im richtigen Format. Genau, dann lade es halt auch noch auf die anderen Plattformen auch hoch. Ich mache das tatsächlich. Und ich finde es auch super interessant zu sehen, wo dasselbe Video schlechter und besser performt. Wo auf YouTube funktionieren Sachen, die auf TikTok nicht funktionieren, die auf Instagram so semi funktionieren. Ich finde das super interessant. Und ich habe jetzt gehört, das auch nochmal so, weil du auch gesagt hast, es kommt jetzt nochmal so der nächste Push. Ich glaube, dass es jetzt viel um bessere Qualität halt geht. Und weil du siehst halt immer noch bei vielen Influencern, die immer noch, vor allem wenn sie jetzt Fashion-Influencer sind, die immer noch dieses über die Straße laufen Video machen. Oder mit so einem kurzen Slow-Motion-Moment drinnen. Oder sonst irgendwas. Und das war halt irgendwie ganz cool vor zwei Jahren so. Oder vor drei maybe. Aber jetzt sollte man sich schon langsam halt, glaube ich, ein bisschen mehr um Mehrwert schaffen. Das ist immer das, was ich nicht verstehe. Dass vor allem viele Blogger kommen ja aus dieser Ecke von wegen so, hey, der Star trägt dieses Outfit und hier kannst du es günstig nachshoppen. Das hat sich komplett aufgehört. Aber ich glaube, dass das eine ist der … Ja, also es gibt schon noch welche. Also die zum Beispiel, ich folge dem Topmodel Elsa Hosk und da gibt es auch eine, die hat Elsa Hosk Closet. Also ich denke, solche Sachen gehen schon noch. Aber wie du richtig meintest, es haben sich schon Influencer jetzt rauskristallisiert, die zum Beispiel dieses über die Straße gehen, und die ownen das halt. Das ist denen ihr Video. Die Follower folgen denen auch, um genau solche Videos zu sehen. Und wenn man da jetzt halt als Newbie das auch probiert, ist halt schwierig, ja. Weil die Leute kennen dich nicht. Da musst du irgendwas ganz Außergewöhnliches machen, dass die Leute das wieder catcht, dass es irgendwie ein riesiger Mantel ist oder was weiß ich, geile Schnitte, geile Cuts, geile Musik. Und das ist halt, ja, doch am Anfang von TikTok konnte man das noch gut ausprobieren. Videos gingen sehr schnell viral und jetzt pendelt sich das halt auch wieder ein. Aber das war voraussehbar. Es war voraussehbar, dass es zuerst massiver Hype gab oder gibt und dann die Leute sich wieder beruhigen und dann ihre Follower oder ihre Creator eben haben, denen sie folgen. Was ich jetzt interessant finde, ich weiß nicht, hast du schon von Lemonade gehört? Das ist so eine neue App, die gerade durch ByteDance, ByteDance ist so die Mutter von TikTok beispielsweise und die pushen gerade extrem Lemonade. Und das ist eine App, man sagt, so als hätte Instagram und Pinterest ein Baby gehabt. Also es sind auch Fotos und Videos, aber nicht Follower, nicht Creator fokussiert, sondern eher Themen fokussiert. Also wenn du jetzt Healthy Food magst, dann wird dir das ausgestrahlt. Ich habe die App noch nicht, ich weiß auch gar nicht, ob die hier zum Runterladen ist, aber in Amerika wird die jetzt gerade wieder ziemlich gepusht. Finde ich auch interessant, weil TikTok ja jetzt, hast du es ja eh auch gesehen, vielleicht verboten wird und jetzt push by Dance Lemonade. Ich finde das so witzig. So die nächste chinesische App. Zu TikTok kommen wir gleich. Ich habe noch Instagram, weil du erwähnt hast, dass ja Instagram die Reels gemacht hat, um TikTok zu kopieren oder Snapchat auch mit den Stories. Ich habe jetzt vor zwei Tagen gelesen, dass sie einen Twitter-Klon rausbringen wollen. Auf Instagram? Dass sie in den Stories kannst du, oder ich weiß nicht, wie es wirklich aussehen soll. Ich habe nur ein Screenshot gesehen, da hat man es in der Story gehabt, dass du halt wirklich Text absetzen kannst, als Posting. Wow, das habe ich noch gar nicht gehört. Also es ist noch irgendwie, was ist ja, in der Probierphase in Amerika oder so. Mal schauen, ob es wirklich kommt, aber da spitzen sie sich gerade. Also ich würde es mega interessant finden, aber auch irgendwie denke ich mir, come on, Instagram kannst du nicht eigene Sachen mal erfinden. Du kopierst nur, du kopierst Stories und Snapchat, Reels und TikTok. Jetzt anscheinend Twitter. hast du nicht eigene Ideen, das ist mir schon ein bisschen schade. Sehr, vor allem Text. Ich meine, dann geht man halt auf Twitter. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich bin auch gespannt, was mit Twitter weiter passiert. Ich habe das nie wirklich hart verfolgt oder genutzt, actually. Ich weiß nicht, ob das im deutschsprachigen oder im europäischen Markt so ist. Ich glaube, hier ist das einfach nicht so, also wird es einfach nicht so genutzt. Und vor allem bin ich gespannt, weil Elon Musk will ja sowieso auch eine ganzheitliche App machen, wo du alles machen kannst, ja quasi so das Counterpart zu Facebook, Instagram, die halt auch alles stellen von anderen Apps. Ich will jetzt Twitter dasselbe machen so ein bisschen, dass du dich nur noch dort, ich glaube, der nennt das dann halt irgendwie Ex oder sowas. Naja, ich bin gespannt. Elon Musk ist immer gut für Überraschungen. Da bin ich auch sehr gespannt, was da passiert. Genau, und Facebook pusht ja auch die Facebook Reels jetzt. Ja, aber wer schaut sich die an, bitte. Es tut mir leid. Keine Ahnung, also ich meine, ich share es automatisch mit, wenn ich mich auf Instagram was share. Ja, genau. Aber ich habe keine Ahnung, was ich dort für Zahlen habe, wenn ich das letzte Mal auf Facebook war. Ich auch nicht. Also, nur für Ad-Schaltungen schaue ich auf Facebook. Ja, da kenne ich mich leider noch zu wenig aus. Boah, ich bin jetzt gerade so drin, weil ich habe ja eine Konferenz am 17. Mai und da schalte ich jetzt zum ersten Mal auch selber Ads. Oh mein Gott, das ist ein komplett Full-Time-Job eigentlich, wirklich Ads richtig zu schalten. Das ist Wahnsinn. Ich fand das Einrichten schon super mühsam, weil Sachen dann nicht funktioniert haben und irgendwie konntest du dann auch nicht den Account von dem Profil lösen und ist das jene, sie schauen. Also benutzerfreundlich finde ich Meta-Business nicht. Also, wenn die, wenn sie da mal was ändern könnten, das wäre super. Hast du eigentlich eine Lieblings-App? Ich glaube, ich mag TikTok am meisten, weil ich finde, das ist für mich noch sehr authentisch einfach. Wirklich jedes Video kann viral gehen und es ist nicht so gestellt und nicht so auf, schaut es mich an, wie toll ich bin, wie ich es halt auf Instagram immer noch sehe. Ich finde es witzig, auf TikTok zum Beispiel funktionieren meine ganzen Before-and-After-Videos zero, ich glaube ich zwei Views und auf YouTube-Shorts habe ich 6.000 Views drauf aufs selbe Video, was absurd ist, was mich richtig aufregt, aber vielleicht musst du Behind-the-Scene, Before-and-Afters machst du auf TikTok, versuch vielleicht Behind-the-Scene, die Leute wollen gerne sehen, wie wird etwas kreiert, wie wird etwas gemacht. Also ich mache ja eh verschiedenen Content und ich spiele es ja dann auf allen drei Apps und wie gesagt, ich finde es immer witzig zu sehen, was funktioniert und gar nicht funktioniert und auf der anderen Plattform Hardcore funktioniert, das finde ich relativ witzig. Aber du machst ja viel, ich sage jetzt mal Comedy-Content dazu. Das ist mein Ding, ja. Ich wollte schon immer mal Schauspielerin werden und jetzt ist das sozusagen meine Bühne geworden, die TikTok-Videos. Aber ich finde es super. Glaubst du, wie realistisch ist das, dass die gebannt werden in Amerika? Also ich denke, diese Frage nach dem Datenschutz, das ist ja die Ausgangsfrage eigentlich, dass die Amerikaner Angst haben um ihre Daten, die wird nicht so einfach jetzt weggehen, auch selbst, wenn TikTok weiterhin bleibt. Und ich denke auch, dass diese Frage, die muss behandelt werden. Da ist eine Angst da, hey, ich weiß nicht, was mit meinen Daten passiert. Dass das jetzt so auf TikTok und China fokussiert wird, finde ich jetzt persönlich, ja, ein bisschen lächerlich, weil Amerika hat auch wahnsinnig viele Apps, die auch alle unsere Daten verwenden und hat sich jemand wirklich schon mal damit befasst, was mit unseren Daten eigentlich passiert. Also ich nicht. Ich auch nicht. Genau. Jeder liest immer die Datenschutzbestimmungen. Ja, so einfach, okay, passt schon. Deswegen, ich denke nicht, dass Amerika es wirklich verbieten wird, weil einfach so viele Amerikaner sind auf dieser App, so viele Amerikaner und Amerikanerinnen machen damit Geld. Da würde ein riesiger Wirtschaftsteil wieder zusammenbrechen. die Teenager können sich dort, wie soll ich sagen, also ihre Meinung preisgeben. Also es ist auch ein Stück Meinungsfreiheit, die dann eingeschränkt wird, was man eigentlich ja nicht darf. Deswegen, ich denke nicht, dass es wirklich zum Verbot kommt, aber es könnte zum Beispiel sein, dass China transparenter sagen muss, was wirklich mit den Daten passiert. Und das finde ich nicht schlecht. Also das würde ich mir dann auch anschauen. Also was denkst du, hätte das für einen Impact für den europäischen Markt, wenn Amerika das wirklich verbieten wird? Weil ich glaube, es gibt zwei Szenarien. Entweder die ganzen Amerikaner versuchen irgendwie mit VPN-Geschichten den europäischen Markt trotzdem noch die App zu bekommen. Oder europäische Content Creator können steigen. Ja, ich glaube nicht, dass sie fallen können, weil die Amerikaner, glaube ich, nicht den europäischen Content anschauen. Aber vielleicht werden die populärer, weil es weniger Content gibt. Weiß ich nicht. Also wenn die Amerikaner jetzt alle wegfallen, ja, wahrscheinlich, dann würden sicher die europäischen Creator nach vorne kommen. Aber es gibt ja auch jetzt schon eigentlich große Creator hier. Ja, interessant. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich finde es aber interesting. Bin ich gespannt. Facebook hat ja jetzt auch diese Verification-Badges angeboten. Der blaue Haken. Der blaue Haken. Komplett neu designt. Sie haben irgendwie in den ersten, ich müsste jetzt lügen, ich glaube am ersten Tag irgendwie 600 Millionen Dollar gemacht. Die haben es gerade in Australien, oder? Da probieren sie es, glaube ich, gerade den blauen Haken zu verkaufen. Nein, nein, das war nicht Twitter. Das war schon Facebook. Ich weiß nicht, wo sie es ausgerollt haben. Ich glaube Australien und Neuseeland. Okay. Gab es nicht noch mehr? Weil, wie gesagt, 600 Millionen machen wir jetzt nicht in Australien und Neuseeland. Also ich habe von Australien und Neuseeland gehört. Vielleicht sind sie auch noch woanders. Vielleicht sind sie auch in Amerika, weil der Badge kostet ja im Monat 15 Dollar. Wahnsinn. Würdest du einen kaufen? Ich weiß nicht. Das ist dann schon wieder so konsumlastig irgendwie. Und was bedeutet der blaue Haken? Das ist eigentlich so ein Prestigezeichen, oder? Was ich gelesen habe, hast du schon echt einen Support, was du bis dato nirgends auf der Facebook-Gruppe hast. Also weder auf Facebook könntest du jetzt direkt jemanden anschreiben, um Support zu fragen. Noch auf Instagram. Ich habe Ende 2021 habe ich mein Main-Profil eigentlich verloren auf Instagram und nicht mehr wiederbekommen. Obwohl, du kriegst dann irgendwie eine E-Mail, wo du bestätigen musst, dass du die Person bist mit einem handgeschriebenen Zettel, mit dem Zahlencode, den du geschickt kriegst. Und dann schickst du es wieder zurück und kriegst wahrscheinlich eine Antwort. Keine Ahnung, ich habe keine bekommen. Und dann habe ich es auch irgendwann aufgegeben, weil du hast keinen Kontakt, den du anschreiben kannst und fragen kannst, was passiert da? Was ist da passiert? Ja, was, warum, weshalb, weswegen? Und du solltest mit diesem Badge dann quasi Support bekommen und auch deine Reichweite sollte besser sein, priorisiert sein? Also das sind jetzt so die zwei Dinge, die mir im Kopf blieben sind. Ich weiß nicht, was noch für Gimmicks damit kommen. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Die Leute, die alle so einen blauen Haken wollen, wollen die denn nur wegen besserem Support? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist eher so, hey, ich wurde von Instagram bestätigt, dass ich eine reale Person bin. Also davon gehe ich jetzt einfach mal aus und wenn der dann wirklich zum Verkaufen ist, ich glaube, es werden massiv viele Leute den kaufen und natürlich sind es dann auch nur Leute, die sich das jetzt wieder leisten können, diese 15 Euro im Monat. Ja, das heißt, es wird dann wie so eine Zweiklassengesellschaft. Ein Flex oder was? Ein Flex auf der einen Seite, aber auch für die Leute, die das auch gerne hätten, vielleicht irgendeinen Künstler, der halt noch nicht bekannt ist, aber nicht untergehen will zwischen ganz allen anderen verifizierten Künstler und Künstlerinnen. Und ich finde, das ist nicht Social Media. Auf Social Media sollte jeder gleich sein und dann auf einmal gibt es diese zwei Klassen, die verifizierten, wo man nicht mehr weiß, hat er das jetzt wirklich bekommen wegen viel Publicity oder weil er oder sie es gekauft hat. Glaubst du, kriegt man den dann noch als quasi Publication Person? Ich hoffe es, weil das würde mich eher interessieren. Also wenn ich weiß, dass ich dadurch, weil ich viel Aufmerksamkeit bekommen habe, dass wirklich Leute sich für mich und meine Person interessieren und ich deswegen verifiziert werde, das wäre für mich, hey cool, nice to have. Aber du musst ja so trotzdem selber, also ich würde es cool finden, dahingehend, wenn Instagram dann sagt, hey, du bist uns aufgefallen, du bekommst den blauen Haken, aber so ist es ja auch nicht. Du musst ja beantragen und dann ist jetzt ja auch wieder die Frage, warum beantragst du es jetzt? Weil du zeigen wirst, wie famed du bist und du in der Publikation bist oder nicht? Also es stimmt schon, dass Leute mit blauen Haken, die werden in den Nachrichten zum Beispiel weiter oben gerankt. Wenn du jetzt komplett jemanden neuen anschreibst, sei es ein neuer Kunde oder Kundin oder halt ein Artist, mit der du zusammenarbeiten möchtest, für den Fall sind solche blauen Haken schon sehr gut. und so würde ich das, glaube ich, für mich auch sehen, wenn ich weiß, okay, mein Fokus ist jetzt voll, hier Reichweite zu bekommen für mein Business auch und ich bekomme dann einen blauen Haken, dann würde ich den auch wieder nutzen, um wieder weiter voranzukommen in meinem Business. Aber das zählt ja auf jeden, weil selbst wenn du sagst, ein Singer oder ein Filmstar oder sonst irgend eine berühmte Person, die in den Zeitungen ist, die ist ja dort nicht, weil sie privat sein will. Also es ist ja alles, auch wenn es eine Privatperson ist, ist es ja trotzdem, die macht Business draus. Deswegen denke ich, und wie du sagst, man kommt dann eher bei Nachrichten eher oben hin. Ich glaube, das hat halt damit zu tun, dass du ein bisschen mehr Reach und ein bisschen Priorisierung bekommst durch den blauen Haken. Und ich sehe das ganz einfach, als hätte ich ein, keine Ahnung, ein Visionsfair-Abo, was ich nutze. Also ich würde den blauen Haken instant kaufen, einfach weil ich es als Business-Ding sehe, weil ich halt einen Support dann habe, wenn ich Probleme habe, wenn ich Werbeanzeigen mache oder sonst was Hilfe kriege, weil ich mein Business auf der Plattform priorisieren lassen kann und sowas und im besten Fall halt einen Vorteil dadurch habe. Das ist halt dann auch die Frage, wenn auf einmal jeder einen blauen Haken hat, der Support kann dann auch wieder nicht überall sein. Das stimmt, das stimmt schon. Ich habe keine Ahnung, wie das Support-Team dort überhaupt aufgestellt ist. Wahrscheinlich bis jetzt eh auch gar nicht und deswegen gab es keinen Support. Also bei mir wurde auch schon mal ein Instagram-Account gehackt und ich hatte Gott sei Dank wirklich super Erfahrungen mit dem Support. Also ich, ja. Aber weißt du, was ich mir auch halt denke? Wenn sich jetzt dann jeder diesen blauen Haken kaufen kann, da wird dann auch so viel, ja so viel Schlechtes damit dann wahrscheinlich auch gemacht. Es gibt ja jetzt schon so viele Scam-Shops. Ich bin da auch schon drauf reingefallen. Oh, den Mantel kaufe ich mir. Ja, kam nie an. Und wenn dann solche Shops nochmal die Möglichkeit haben, sich auch den blauen Haken zu kaufen, also das ist ja Wahnsinn. Da wird wahrscheinlich so viel Scam passieren und ich hoffe, dass Meta sich da auch richtige trotzdem noch Kriterien überlegt, dass halt doch nicht jeder Account sich so einen blauen Haken holen kann. Also ich denke schon, dass da was geben wird. Weil selbst wie gesagt, also du kannst ja jederzeit probieren, dich zu verifizieren und kommst eh nicht durch. Also es gibt ja scheinbar auch da irgendwelche Metrigen, würde ich sagen, nee. Ich denke halt, es ist immer gut, wenn du direkte Kontakte zu Instagram, zu Meta hast, dann kommst du wahrscheinlich eher durch. Wie viele Leute haben das? Die Leute, die halt wirklich, aber das will ja auch die App, ja, die will ja vor allem Leute pushen, die viel mit der App zu tun haben, die sehr präsent sind und diese Leute haben dann auch irgendwo oder wenn sie nicht direkten Kontakt mit jemandem von Instagram haben, haben sie es über Ecken mit dieser Person. Und ja, ich denke wahrscheinlich, das ist halt auch irgendwo eine Sicherheit für Instagram dann, dass nicht jeder halt den blauen Haken bekommen kann. Ja, man muss halt beweisen, dass man auf dieser App sein will, denke ich. Okay, dann bin ich bei den falschen Ecken. Ich habe keinen Kontakt und ich bin sehr viel auf der App. Schau, jetzt kannst du über mich, hast du über Ecken jetzt den Kontakt. Sehr gut, ansonsten schicke ich einfach irgendeine E-Mail, schicke ich, mein Handy zeigt mir jeden Tag, wie viel Zeit ich wo drauf verbringe. Genau, schickst du mir. Das muss reichen eigentlich, das ist eine Verifizierung, dass ich gern und viel auf der App bin. Ja. Du musst ja, wie du eh schon erwähnt hast, du hast eine Conference für dein anderes Business. Ja, mein Female Startup Summit. Was passiert da? Oder was ist der Hintergrund dieser Firma? Also Leaders in Heels ist eigentlich ein Female Business Club, wo wir Frauen dabei unterstützen wollen, entweder sich selbstständig zu machen oder ihren Karriere-Traum zu erfüllen. weil wir einfach gemerkt haben, hey, es gibt immer noch diesen Gender Gap, sei es der Gender Pay Gap, sei es der Gender Funding Gap, sei es einfach generell, es gibt einfach einen Gap zwischen Mann und Frau im Business und da wollen wir unseren Beitrag leisten, den zu verringern. Und neben diesem Business Club, wo wir uns mehrmals im Monat treffen, findet jetzt eben auch zum ersten Mal wirklich eine große Konferenz auch statt. die geht den ganzen Nachmittag, wir haben coole Speaker eingeladen aus München und aus Wien und haben eine kleine Expo-Hall, wo eben auch Startups sich präsentieren können und wollen da eben auch Startups mit weiblichem Gründungsteam, darunter verstehen wir, dass mindestens eine Frau im Gründungsteam ist, ja eine Chance haben, weiterzukommen, Kontakte zu knüpfen und ihr Business voranzubringen. Aber ihr habt es auch, was ich gesehen habe, auch trotzdem männliche Speaker und auch jeder Mann ist gern willkommen. Ja, auf alle Fälle. Ja, weil das Wichtigste ist Diversität. Wir wollen auf keinen Fall, dass es jetzt nur die Frauen unter Frauen reden und wir wollen auch auf keinen Fall sagen, die Männer, die sind an allem schuld, sondern wirklich das Zusammenbringen, zusammen in einer Lösung arbeiten, Aufmerksamkeit dafür schaffen, dass es diesen Gap gibt, woran der eventuell liegt und was man eben zusammen dagegen machen kann. Das wäre tatsächlich meine nächste Frage, was du denkst, warum der noch existiert. Ach, da gibt es so viele Gründe dafür. Es gibt, also, wir können ja einfach mal, boah, wo fange ich an? Also ich gehe immer von der Kreativbranche aus, natürlich, weil ich halt da drin bin und das meine Bubble ist. Ich weiß nicht, wie es in der Tech-Branche oder in der Finance-Branche ausschaut oder sowas. Also ich kann ja mal sagen, von der Start-Up-Branche jetzt einfach mal. Es ist schon so, dass einfach Männer mehr in so Tech-Startups einfach sich da was überlegen und Tech-Startups sind einfach viel besser skalierbar und können schneller auch zu so einem Unicorn-Startup werden, während Frauen dann eher in Bildung gehen oder in kreative Sachen eben. Ich habe so viele Frauen in meinem Umfeld, die Social-Media-Management machen. Finde ich super. Aber halt, es ist ein Einzelunternehmen, eine Einfrau-Unternehmen und die wollen aber auch vielleicht gar nicht. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn sie das nicht jetzt zu der größten Social-Media-Agentur machen wollen. Vollkommen in Ordnung. Aber da sieht man einfach schon, das ist zum Beispiel ein Grund, dass es diesen Gap gibt. Aber es ist dann wirklich ein Gap, wenn es eine Entscheidung ist, unter Anführungszeichen, weil es steht ja auch jeder Frau offenbar in die Tech-Branche zu gehen. Aber ich verstehe auch, ich meine, mich interessiert es auch nicht. Oder Finance ist null mein Interessensthema. Also ich verstehe schon, wenn das Frauen nicht interessiert. Aber grundsätzlich ist das ja nicht. Jeder soll natürlich das selber für sich entscheiden, aber es ist ein Grund von vielen für diesen Gap. Ein anderer Grund ist zum Beispiel, wenn eine Frau dann in diese Tech-Branche geht, nicht ernst genommen wird von Investoren. Und da ist auch schon wieder ein weiterer Grund, es gibt wenig weibliche Investoren. Also das ist auch schon wieder etwas, wo man anfangen könnte, hey, mehr Frauen, die in diesem Bereich sind, wollen sie nicht Investoren werden. Da gibt es jetzt auch Members Clubs, Finn Academy zum Beispiel heißt die, die sitzt in Deutschland und die bringen wirklich Frauen zusammen, damit sie gemeinsam, also dass sie Investorinnen werden können. Also da ist wieder so ein Step. Und dann, um wieder zurückzukommen, Frauen in dieser Tech-Starter-Branche eben, okay, sie müssen sich dann beweisen gegenüber auch männlichen Investoren, dass sie da gut ankommen, dass sie da ein Investment kriegen, weil dieser Gender-Funding-Gap für Fundings eben gibt es. Da sind dann Faktoren wie das Minimi-Syndrom, ja, dass einfach ein Investor lieber jemandem Geld gibt, der, der ihn an sich selbst erinnert. Und wenn das natürlich sehr viele, ich glaube, Thomas heißen mehr Leute in Führungspositionen wie Frauen. Wenn das so ein Thomas ist, dann investiert der halt lieber in einen Mann, der, wie er selber ist. Und da ist wieder dieser Grund, okay, wir brauchen mehr Frauen als Investoren. Also siehst du, es sind sehr, sehr viele verschiedene Gründe dafür. Und einfach mein Ziel ist es, da aufzuklären. Meinen Freund zum Beispiel auch. Ich weise ihn immer darauf hin, hey, wenn du deine Pokerabende machst, lad eine Frau ein, ja. Einfach um Aufmerksamkeit zu schaffen, wo vielleicht ein bisschen mehr zu tun ist. Aber auf der anderen Seite natürlich auch den Frauen auch aufzeigen, hey, es sind halt nicht nur die Männer an diesem Gap schuld, sondern auch wir Frauen müssen uns überlegen, ja, okay, wollen wir jetzt wirklich wieder den schlechter bezahlten Job da annehmen? Wollen wir jetzt wirklich in Teilzeit die nächsten fünf Jahre arbeiten? Weil das sich ja auch wieder bis zur Rente dann wieder auswirkt, dass es dann Frauen weniger rentigt. Die Zahlen bestätigen, Frauen sind eher von Altersarmut betroffen als wieder Männer. Was ich auch interessant fand, ich hatte letztens das Gespräch auch mit jemandem, der da relativ spirituell und bla ist, aber zu dem Thema von wegen Maskulin und Feminin, Energie, was wir in der Saisonen haben. Grundsätzlich halte ich von so Energie, es darf nicht wirklich was, aber es ist ja trotzdem so, dass, weil sie hat auch gesagt, so viele haben halt auch das Problem in Beziehungen oder auch in der heutigen Generation, dass Frauen eben halt gleichgesetzt werden wollen mit Männern, aber dann haben sie zu viel maskuline Energie, dann wollen sie wieder einen Mann, der eigentlich auch maskulin ist oder maskuliner als sie selbst, was das Ganze dann eigentlich wieder hochstellt, was aber dann halt auch wieder zu Problemen und toxisch führt, wenn beide super maskulin sind und sowas. Also es ist irgendwie so ein Teufelskreis, so ein bisschen glaube ich und das wirkt sich sicher auch auf sowas dann aus, weil halt Frauen auf jeden Fall alleine was erreichen wollen, was ja auch super verständlich ist, weil jeder, also es will nicht jeder, aber viele Menschen wollen das, egal welches Geschlecht man ist und ich gehe auch davon aus, das ist glaube ich kein Frauenproblem an und für sich. Ich bringe mir dieses Beispiel, wie ich in Berlin in einer Agentur war und ich dort begonnen hatte, bin ich halt mit einem Gehalt eingestiegen, das ich haben wollte und es gab noch zwei Kollegen, die genau dasselbe gemacht haben wie ich, nur andere Kunden betreut haben und eine hatte immer noch weniger verdient als ich, hatte aber schon zwei Gehaltserhöhungen und war schon länger dort und sowas. Ich glaube, dass vieles einfach seinen eigenen Wert kennen bedeutet und auch verhandlungssicher zu sein. Ja, also... Und ich glaube, das führt auch vieles dazu, dass halt Frauen oft weniger verdienen und ich finde es doof zu sagen, jeder sollte das Gleiche verdienen, weil auch unter Männern sollte nicht jeder das Gleiche verdienen, weil du hast andere Skills, du hast andere Erfahrungen, warum sollte ich genauso viel verdienen wie jemand, der seinen Mund nicht aufmachen kann und verhandeln kann und das rausholt, was er haben will, was ich bei einer Firma schon hatte, wo es heißt, wir können dir nicht so viel zahlen, weil das wäre unfair den anderen gegenüber, weil die verdienen auch nur das und das und ich denke mir so, ja, aber die haben auch nichts drauf, ja, halt wirklich, ja, und finde ich nicht in Ordnung sowas, also egal, welches Geschlecht man ist, also eine Frau kann super gerne mehr verdienen als ich, wenn sie mehr kann als ich, ja, ein Typ kann super weniger verdienen als ich, wenn er halt nichts drauf hat, I don't care, welches Geschlecht du bist, aber man sollte halt das bezahlen, was die Leute können, und wenn Frauen vielleicht nicht so verhandlungssicher sind oder es gibt sicher Frauen, die das sind, ja, aber es, glaube ich, sind es weniger als Männer, aber das kann auch meine Bubble sein natürlich, ja, ich will ja gar nichts ausschließen, dann weiß ich halt nicht, wo man sich aufregen geht, ja? Also, um das abzuschließen, weil ich habe jetzt leider nicht mehr so viel Zeit, es ist die, man sagt ja, diverse Teams arbeiten am besten und das unterschreibe ich komplett, weil auf der einen Seite, klar, kann die Frau natürlich auch an sich arbeiten, deswegen gibt es ja die Members Clubs, es gibt Mentoring und alles, aber auf der anderen Seite muss auch einfach Bewusstsein für diese unbewussten Bias, die Leute haben und das, man redet nicht umsonst von einer Glass Ceiling, ja, wo die Frau nicht durchkommt, nicht weiter nach oben kommt und das ist eins meiner Ziele, einfach Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es das gibt und dann, wenn zum Beispiel das nächste Mal eine Gehaltsverhandlung ist, dass auch dann der Gegenübersitzende, falls es ein männlicher Vorsitzender ist, sich darüber bewusst ist und dann von diesem Bias wegkommt und wirklich halt rational eine Entscheidung treffen kann und die Frau natürlich auf der anderen Seite sollte sich gut vorbereiten auf das Gespräch, um eine geile Gehaltsverhandlung dahin zu legen. Klar, da sollte natürlich nichts sagen, hey, du bist eine Frau, ich zahle dir auf jeden Fall weniger, das sollte auf keinen Fall sein. Es wird nie so plakativ sein, aber deswegen meinte ich vor allem mit diesem Mini-Me-Syndrom zum Beispiel, dass es ist einfach da, es ist vorhanden, dass man einfach einer Person sympathischer einem vorkommt, die einem an sich selbst erinnert in jungen Jahren, wo man gerade angefangen hat und man hat irgendwie unbewusst dieses Bedürfnis, der erinnert mich so an mich selber, den helfen wir jetzt mal. Und da sich einfach klar zu werden, ist das jetzt wirklich, weil der so gute oder sie so gute Arbeit macht oder ist das mein unbewusster Wunsch jetzt gerade? Aber ich denke mir, wenn wir alle zusammenpacken und es gibt ja diese Konferenzen zum Beispiel, es gibt Members Clubs, es gibt Female Founders und alles und ich denke, wenn wir da offener werden, auf beiden Seiten, können wir das auch wirklich gut schaffen. Das glaube ich auch, das hoffe ich auch. Eine ganz kurze kleine letzte Frage, wo findet man dich, wo findet man mehr zu deinem Business und was steht in nächster Zeit bei dir an, außer die Konferenz? Ihr findet alles auf Instagram, ihr könnt es unter Official Leaders and Heels schauen oder natürlich auch unter meinem Namen, Sveida Anderlein Mulder. Und bei mir steht an, ja, die Konferenz leider komplett, das ist, ja, krasser Fokus aktuell, aber danach geht es wahrscheinlich nach Berlin und nach Mallorca. Bin ich auch schon sehr gespannt. Auch für Business, aber. Nice, nice, nice. Zur Erklärung, Veda mit V-A-D-A. Genau. Nicht Vada. Nee, es nennt mich jemand Vada, der sich diesen Podcast anhört. Genau. Wir haben viel gelernt. Danke für deine Zeit in deinem stressigen Tag heute. Freut mich, dass du da warst. Gerne wieder. Ich freue mich auch auf die Conference. ich bin ja auch dort. Danke für deine Zeit. Danke fürs Zuschauen. Danke dir auch. Wir haben einen schönen Tag. Du auch. Danke, dass du in die Kreative Sauer Club mit der Host Dominik C. Fennek bist. Remember, auf Instagram, YouTube und Spotify für mehr.